Dieses Gefühl, wenn du deinen nächsten Kurzurlaub gebucht hast. Die besten Ideen auf kurzurlaub.de. Zwei bis fünf Tage frei. Ja, also das ist ja so, dass wir uns schon seit mehreren Wochen mit dem Thema sportliche Leiter beschäftigen und auch schon vor einer Zeit mit der Suche begonnen haben. Es stand eigentlich schon immer fest, dass Mario diesen Posten nur interimmäßig übernommen hat und übernehmen sollte. Wir sind da im Moment in Gesprächen mit potenziellen Kandidaten und werden da sicherlich in den nächsten Tagen mit Entscheidung an die Öffentlichkeit gehen. Na ja, soll das allererstes mal Erfahrung aus dem Bereich haben. Wir haben ja mit Absicht, alle Gremien stehen dazu, auch mit Mike Franz in gewisser Art und Weise ein Experiment gemacht, einen jungen Mann in diese Position gebracht oder bringen wollen, was am Ende des Tages dann zu seiner eigenen und zu unserer eigenen Zufriedenheit nicht so 100% funktioniert hat. Der neue sportliche Leiter soll Erfahrung mindestens aus der zweiten Liga haben und in dem Bereich oder in dem Job sportlicher Leiter in entsprechenden Vereinen der zweiten und dritten Liga bereits gearbeitet haben, wenn es geht mehrere Jahre. Wir werden also diese Woche mehrere Termine haben, mehrere Personalgespräche, wenn man so will. Das geht morgen los und wir hoffen, dass wir bis Ende der Woche die Gespräche mit den letzten Kandidaten abgeschlossen haben, sodass wir im Laufe der Woche, gegen Ende der Woche, vielleicht Anfang der nächsten Woche eventuell mit einer Entscheidung an die Öffentlichkeit gehen können.